Hallo zusammen, ich komme aus der Schweiz, heiße Burak Yola und bin bei Medikadent in Istanbul. Mir wurden an einem Tag drei Zähne gezogen und sechs Implantate gemacht. Ich hatte keine Schmerzen. Medikadent kann ich jedem empfehlen, der viel Angst hat. In Istanbul, Safar Kasek. Danke vielmals. Liebe Grüße aus Istanbul, Medikadent.